Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern hatten wir hier ja auf Schalke Insight darüber gesprochen, dass es ja nun mal wieder etwas ruhiger werden könnte auf Schalke, dass gar nicht mal so viel Spektakuläres los ist und kurze Zeit nach meinem Video gestern kam dann die Meldung raus, Dominik Drechsler ist suspendiert und muss zur U23. Natürlich müssen wir auch darüber heute nochmal ausführlich reden, mittlerweile gibt es auch einige Hintergrundinformationen. Zudem blicken wir auch auf das Personal-Update, denn dort gibt es sehr gute Nachrichten rund um Brandon Soppy und Ron Schallenberg. Zudem werfen wir auch nochmal einen Blick auf unsere Scouting-Abteilung, denn die wird ja aktuell komplett umgebaut und eben auch dann auf die Frage, ob bei einem Abstieg in die dritte Liga sowohl Karel Gerraths, Mark Wilmots, aber möglicherweise auch alle Spieler weg sein werden. Alles und mehr haben wir somit heute mit dabei, wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Natürlich müssen wir mit dem aktuellsten Thema loslegen, wobei das gestern natürlich dann auch im Laufe des Tages sehr viel gesprochen wurde, der Rauswurf von Dominik Drechsler. Es hat sich zuvor schon in den Medien angedeutet, kurz nachdem eben das Video gestern hier auf Schalke Inside Online gekommen ist, dann hat es auch Schalke selber bestätigt und Folgendes dazu geschrieben. Denn laut Schalke hat Karel Gerraths, dem Mittelfeldspieler Dominik Drechsler, in einem Gespräch am Dienstag mitgeteilt, dass eben Drechsler bis auf Weiteres am Trainingsbetrieb der U23 teilnehmen wird. Und Karel Gerraths hat dazu auf Folgendes gesagt. Als Team müssen wir in den verbleibenden Spielen eng für den Klassenall zusammenstehen. Diesem Ziel muss sich jeder Einzelne unterordnen. Das haben wir der Mannschaft unmissverständlich klar gemacht. Dominik hat sich selbst über die Mannschaft gestellt. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, dass Dominik bis auf Weiteres Teil der U23 ist. Und so viel hat man also offiziell von Schalke gehört. Dominik Drechsler hat ja generell im Jahr 2024 keine allzu große Rolle unter Gerraths gespielt und stand ja gerade mal insgesamt 28 Minuten auf dem Platz. Angefangen hat ja alles damit, dass die Bild-Zeitung von dem Schokoknall berichtet hat, in Schalkes Kabine nach dem Spiel gegen Hannover 96. Denn auch dort saß ja Drechsler nur auf der Bank. Nach Abpfiff soll er dann ein Schoko-Shake durch die Kabine geworfen haben. Und diese Flüssigkeiten spritzten dabei hoch und trafen eben dann auch Mitspieler von Drechsler. Und da entlud sich natürlich auch dann der Frust bei ihm über die verspielte Führung, über die enttäuschende Saison und natürlich auch generell seine schwierige Situation. Und da ist dann eben mal alles rausgekommen. Dominik Drechsler hat sich aber nach diesem Vorfall umgehend bei seinen Mitspielern entschuldigt, das hat die Bild-Zeitung auch direkt berichtet, die eben dann bei seinem Ausbruch auch dabei waren. Und kurz darauf hat er wohl auch in die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft geschrieben, um seinen Fehltritt zu erklären. Natürlich kann man jetzt erstmal darüber wieder diskutieren, warum das eigentlich schon mal die Bild-Zeitung alles weiß und ob das einfach nur eine wilde Meldung war. Aber anscheinend ist ja was dran, denn auch die Watts hat bestätigt, dass es auf jeden Fall mit diesem Schoko-Shake irgendwo zusammenhängt. Und es aber eben natürlich auch so ist, dass diese Geschichte jetzt der mögliche Auslöser war für den Drechsler-Rauswurf. Klar ist aber natürlich auch, dass Drechsler und Gerrards ohnehin nicht wirklich gut miteinander klargekommen sind. Und jetzt kommt eben wohl noch dazu, dass sich eben Drechsler laut der Bild und laut der Watts nicht bei Karel Gerrards entschuldigt hat. Der wiederum hat gemeinsam mit Marc Wilmotz am Montagabend bereits im Telefonat diese Entscheidung getroffen, dass eben Dominik Drechsler nun zu U23 muss. Sprich, da wird er künftig also jetzt neben Timo Baumgartel trainieren. Und natürlich ist auch das ein gewisses Risiko von Karel Gerrards. Denn Drechsler ist natürlich schon jemand, jetzt auch in seinem dritten Schalkejahr, der ein hohes Ansehen in der Kabine hat, der natürlich auch einer ist, dessen Wort Gewicht hat. Und vor allem auch bei anderen Führungsspielern, wie zum Beispiel Simon Terodde, Danny Latzer, Marcin Kaminski, auch sehr anerkannt ist. Und natürlich geht auch da Karel Gerrards ein großes Risiko ein, vielleicht doch dann im schlimmsten Falle die Kabine zu verlieren. Natürlich sind wir noch nicht so weit. Ich finde auch, das ist dann zu viel Spekulation, weil man eben auch dann auf der einen Seite gar nicht mal so viel weiß. Also man kennt eben jetzt nur diese Schokobecher-Geschichte vom Spiel gegen Hannover 96. Und die soll eben generell das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Und deswegen hat sich Karel Gerrards eben dafür entschieden, wirklich nur jetzt auf die Spieler zu bauen, die es wirklich verstanden haben, die sich im Dienst der Mannschaft stellen, die für Schalke einstehen. Wobei es mich persönlich wirklich wundert, dass Dominik Drechsler das nicht tut. Weil für mich kam Drechsler immer so rüber, dass er vor allem auch als Typ ein unglaublich wichtiger Faktor ist, sowohl damals in der Bundesliga als auch zuvor in der zweiten Liga. Auch wenn er vielleicht nicht immer sportlich der Wichtigste, der Beste war, fand ich, war ja immer einer, der vorangegangen ist. Er ist ja wohl auch einer, der auch mal negative Dinge ganz klar anspricht, aber auch das bewusst macht im Sinne dessen, dass die Mannschaft eben auch dann erfolgreich sein soll. Und deswegen finde ich es schon überraschend, dass es zwischen ihm und Karel Gerrards so gar nicht funktioniert. Laut der Watz erscheint es auch unwahrscheinlich zu sein, dass Drechsler in der laufenden Saison nochmal zum Profiteam zurückkehren wird. Es ist erstmal nicht ganz so klar, wie bei Baumgartel, wie lange er jetzt bei der U23 mit dabei ist. Aber es sieht wohl danach aus, dass es bis zum Saisonende anhält. Und sollte Karel Gerrards über den Sommer hinaus Trainer sein, dann ist laut der Bild auch eine Trennung im Sommer möglich. Und damit gibt es aber auch nochmal weitere Nachrichten der Ruhr-Nachrichten. Denn die berichten, dass Karel Gerrards Drechsler nicht allein wegen diesem Schoko-Shake-Vorfall suspendiert hat. Denn auch Mark Wilmots hat wohl gesagt, dass einige Dinge passiert sind, die das Fass einfach generell zum Überlaufen gebracht haben. Und deswegen hat eben auch Karel Gerrards befürchtet, dass das Verhalten von Drechsler das Mannschaftsklima in der Endphase der Saison belasten könnte. Und deswegen hat man eben diese Entscheidung jetzt auch ganz bewusst getroffen, weil es eben auch Spieler gibt, die anders mit solchen Entscheidungen umgehen. Mark Wilmots hat hier nämlich zum Beispiel das Verhalten von Henning Matriciani lobend zur Kenntnis genommen. Denn auch er war natürlich gegen Hannover zum ersten Mal nicht im Kader, obwohl er hätte dabei sein können. Aber auch er hat eben dann so eine Nicht-Berücksichtigung ohne Murren akzeptiert und seine Vereinskameraden vor dem Anpfiff laut der Ruhr-Nachrichten viel Glück gewünscht. Und solch ein Verhalten soll es wohl von Drechsler in den vergangenen Monaten eher weniger gegeben haben. Das ist auf jeden Fall jetzt der Bericht der Ruhr-Nachrichten. Natürlich finde ich es erstmal schwierig, jetzt in diesem Vergleich zu gehen mit Drechsler und Matriciani, weil natürlich Drexlers Anspruch auch logischerweise ein ganz anderer ist und er vielleicht auch ein ganz anderer Typ ist. Und trotzdem ist, finde ich, diese Geschichte im Großen und Ganzen irgendwie schon sehr, sehr komisch. Weil ich es mir, wie gesagt, bei Drechsler nicht vorstellen kann, dass er irgendwie dann doch ein schwieriger Typ ist. Auf der anderen Seite, wenn Karel Gerrerts der Meinung ist, dass uns das hilft, dann ist mir auf jeden Fall jedes Mittel recht, um am Ende dann natürlich auch mit Schalke zumindest mal in der zweiten Liga bleiben zu können. Und genau dafür wird es natürlich wichtig sein, sich auch endgültig ab heute auf das Spiel gegen Nürnberg vorbereiten zu können. Denn wie gesagt, eigentlich hatte man ja jetzt das Gefühl, gegen Karlsruhe und Hannover waren beide Spiele ganz gut. Jetzt kehrt eine gewisse Ruhe ein. Jetzt hat man vielleicht auch mal wieder weniger Themen zu besprechen, hat man eben den nächsten Knall gehabt mit Dominik Drechsler. Aber ab heute wird es erst recht natürlich im Training um das Sportliche gehen. Und da gibt es auf jeden Fall gute Nachrichten vom Trainingsplatz. Und wir gehen mal das gestrige Personal-Update, denn da wäre öffentliches Training mal gemeinsam durch. Asan Uderogo konnte man auf jeden Fall gestern nicht sehen. Er musste ja gegen Hannover ausgewechselt werden, aber nur, weil er müde war. Aber gestern gab es auch deswegen eine Belastungssteuerung. Uderogo hat individuell in der Halle trainiert. Und diese Pause war eben nötig, bedingt durch die lange Verletzungspause. Auch das hat die BILD berichtet, ebenso auch die WANZ noch mal bestätigt. War einfach nur eine Maßnahme der Belastungssteuerung. Sehr gute Nachrichten gibt es wiederum bei Ron Schallenberg und Brandon Soppy. Denn beide haben laut der BILD-Zeitung ihre Verletzungen überstanden und konnten die komplette Einheit am gestrigen Dienstag mitmachen und sind damit auch wieder Optionen für die Partie am Samstag gegen Nürnberg. Laut der WAZ ist es auf jeden Fall noch nicht ganz so positiv, wie es die BILD vielleicht schreibt. Weil laut der BILD kann man jetzt vielleicht schon sagen, dass die 100% im Kader stehen. Vielleicht sogar eine Startelf. Laut der WAZ ist es auf jeden Fall so, dass es tatsächlich so war, dass Schallenberg und Soppy die komplette Einheit absolvieren konnten. Auch an intensiven Spielformen konnten sie teilnehmen. Allerdings ist die WAZ noch mal ein Ticken vorsichtiger, denn dort wird geschrieben, wohl möglich reicht es bei beiden schon am Samstag wieder für einen Kaderplatz. Nicht mehr, nicht weniger. Aber es geht natürlich auch auf jeden Fall dann hier in die richtige Richtung. Wäre schon gut, beide zumindest mal wieder auf der Bank zu haben. Eine bittere Nachricht gab es aber wiederum gestern für Niklas Kastelle, denn der hat sich kurz vor Schluss bei der gestrigen Einländer Oberschenkel verletzt, musste unter Tränen mit dem Golfkart in die Kabine gefahren werden und das eben auch mit großen Schmerzen. Natürlich für ihn ein unglaublich bitterer Moment. Auch wenn er natürlich bislang nur gegen Hamburg in der 2. Liga spielen durfte als Joker, hat er sich in den Profibereich gekämpft, ist ein Spielertyp, der durchaus auch zum Gerrads Fußball passen kann. Und jetzt steht es auch noch eine genaue Diagnose aus, aber die ersten Eindrücke waren wohl weniger hoffnungsvoll. Es könnte sogar so sein, dass Niklas Kastelle sich eine Muskelfletzung zugezogen hat, die das Saison aus bedeutet. Also bittere Nachricht auf jeden Fall für Niklas Kastelle. Gute Nachrichten wiederum auf der anderen Seite bei Brandon Soppio und Ron Schalmberg und auch bei Asan Uedraogo ist auf jeden Fall, dass er erneut am Samstag eine Option sein wird. Damit werfen wir mal einen Blick auf ein weiteres interessantes Thema rund um Schalke 04. Nun das ist ja der komplette Neuaufbau, das Aufräumen, vielleicht auch könnte man so sagen, von Matthias Tillmann und dem auch dann im besten Falle ab Sommer der Neuanfang mit Ben Manga. Und der baut sich ja sein Team bei Schalke schon jetzt ein bisschen auf. Er selber ist zwar noch nicht bei Schalke, was natürlich auch immer wieder so ein bisschen skurril ist an der ganzen Geschichte, aber er soll ja auf jeden Fall folgen. Und nun ist es eben auch so, dass Schalke in der Scouting-Abteilung weitere Schritte vollzogen hat. Raphael Tonello wurde ja bereits geholt als Manga-Vertrauter, als eben NLZ-Boss und auch Nachwuchs-Chef-Scout, wie man das auch immer so genau jetzt nennen möchte. Und ansonsten hat sich aber auch Schalke schon dafür entschieden, mehrere Scouts zu entlasten oder besser gesagt eben auch dann ja viele Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen zu wollen. Und deswegen wurde Schalkes Scouting-Abteilung auch schon jetzt komplett neu aufgestellt. Bei transhermarkt.de kann man auch ganz gut sehen, welche Mitarbeiter überhaupt noch da sind in unserer Scouting-Abteilung. Und das sind tatsächlich nur noch vier. Das ist einmal Christoph Kresse als Leiter der Scouting-Abteilung, wobei es auch dort nicht ganz so klar ist, wie es weitergeht. Plus mit Thel Beckmann, Max Balster und Kai Brock drei Nachwuchsscouts, die somit auch nicht zwingend im Profi-Team eine Rolle spielen. Das heißt, da wird auf jeden Fall Platz geschaffen für neue Mitarbeiter. Und genau diese gibt es eben jetzt laut Sky, holt unser Club insgesamt acht neue Scouts. Und diese sind namentlich Costa, Bros, Fattori, Andersson, Ichave, Lopez, Gomez, Durand und Wieners. Hört sich erstmal alles ein bisschen komisch an, weil man natürlich jetzt nur die Nachnamen kennt. Es ist nämlich auch so durchaus üblich, dass man jetzt nicht jeden Scout perfekt kennt, weil es eben auch in der Branche teilweise darum geht, eine gewisse Diskretion einfach zu haben. Aber es ist wohl auf jeden Fall so, dass von diesen acht Scouts mindestens sechs, sieben Namen ganz klar zum Team Ben Manga gehören. Vor allem auch Costa, Wieners, Andersson, Bros und Eschar. Wir sind alle gesichert, dass es zum Team Manga gehört und der Rest ist zwar weitestgehend nicht bekannt. Wie gesagt, man kennt halt auch nicht jeden Scout, weil es mit einer gewissen Diskretion noch teilweise dabei ist. Aber es könnte auf jeden Fall schon ganz gut passen, dass tatsächlich alle acht Scouts zum Team Ben Manga gehören. Eine ist natürlich besonders interessant neben Raphael Tonello, der schon da ist. Und das ist Helena Costa, denn sie war bei Watford Chefscout und ist Mangas Assistentin. Und diese ist eben jetzt bereits auch bei Schalke, was auch nochmal ein ganz klarer Fingerzeig ist, besser gesagt, dass Schalke eben auch wirklich alles dafür vorbereitet, Ben Manga zu holen. Ist auf jeden Fall schon wirklich interessant, dass Schalke dafür Platz schafft, dass dort auch schon die neuen Mitarbeiter eingestellt werden. Denn Ben Manga hat auch selber mal gesagt, über eben Helena Costa und Raphael Tonello, die jetzt beide schon für Schalke arbeiten, sie werden sehr, sehr wichtig sein. Und die Tatsache, dass ich sie nach Watford mitnehmen konnte, war mir sehr wichtig, da der Erfolg, den wir in der Vergangenheit hatten, mit meinem Team zusammenhängt. Nicht nur mit mir. Und deswegen kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass Manga tatsächlich auch zu Schalke kommen wird, wenn der Klassenerhalt gelingt. Und genau dafür ist es logischerweise auch wichtig, generell Schalke ab Sommer planen zu können. Der Klassenerhalt muss gelingen. Dann ist es auf jeden Fall möglicherweise auch drin, diesen Kader größtenteils zu verändern. Allerdings fragen sich ja viele, was passiert denn eigentlich, wenn Schalke tatsächlich absteigen sollte? Natürlich gibt es dann erstmal das große Fragezeichen, in welcher Liga es überhaupt weitergeht. Schalke bereitet sich laut der Watz auf jeden Fall sehr konkret damit vor, in der dritten Liga spielen zu können. Also sieht auf jeden Fall schon so aus, dass man das hinkriegen kann, plus auch eine Insolvenz abwenden wird. Aber natürlich ist das nicht das Wunschszenario, ist ja logischerweise auch klar. Aber was auf jeden Fall auch klar ist, dass es beim Abstieg große Veränderungen geben wird. Denn Karel Gerrert würde den Verein laut der Bild-Seitung dann auf jeden Fall verlassen. Und wohl möglich auch dann in sein Heimatland Belgien zurückgehen, wo er auch in der ersten Liga bei mehreren Vereinen hoch im Kurs steht. Bestes Beispiel war ja auch sein Ex-Klub Brücke. Und auch Marc Wilmotz würde dem Verein sehr wahrscheinlich den Rücken kehren, denn beide haben eben auch nur einen Vertrag für die erste und zweite Liga. Das Problem wiederum kann auch sein, wenn wir absteigen sollten, ähnlich wie zum Beispiel im letzten Jahr bei Arminia Bielefeld, dass auch nahezu kein Spieler einen Vertrag für die dritte Liga hat. Oder ich glaube, das nahezu kann man sogar streichen. Kein Spieler bei uns auf Schalke hat einen Profivertrag für die dritte Liga unterschrieben. Das heißt, alle wären auch dann ablösefrei zu haben, was logischerweise auch finanziell gesehen ein Riesenrückschlag wäre. Und dazu gehört eben auch, dass natürlich auch Ben Manga dann kein Thema sein wird. Ben Manga wird bei einem Abstieg nicht zu Schalke kommen. Und da haben sich ja viele gefragt, ja gut, das ist ja auch durchaus schon klar gewesen, aber was passiert denn da mit diesen Scouts, die Schalke geholt hat? Und das gilt eben auch genau für diejenigen. Also es gilt sowohl für die Scouts, die Schalke geholt hat, als auch für die Assistenten von Manga, wie etwa Raphael Tonello. Auch diese würden nicht in der dritten Liga für Schalke arbeiten, denn die Verträge sind lediglich für die erste und zweite Liga gültig. Das ist zwar jetzt auch nur ein Bericht der Bild-Zeitung, wo man sicherlich darüber diskutieren kann, ob da jetzt alles stimmt oder auch nicht. Aber allein schon das Thema Gerrards, Wilmots, Manga ist ja durchaus logisch, dass alle drei keine Kandidaten sind für ein mögliches drittlicher Szenario. Plus auch interessant jetzt nochmal wirklich zu lesen, und da bin ich mir auch sicher, dass die Bild halt nur dort recht hat, dass eben dann auch die Mitarbeiter, die jetzt geholt wurden, bedingt durch Ben Manga, auch keinen Vertrag haben, weil es würde ja keinen Sinn machen. Manga wird seine Mitarbeiter nicht bei Schalke unterbringen, ohne dass er selber nachzieht. Plus auf der anderen Seite, wenn es eben dann nicht klappt und er nicht kommt, wird er die auch wieder mitnehmen woanders hin. Und deswegen durchaus logisch, dass das auf jeden Fall dann so sein wird. Und deswegen sieht man auch nochmal, wie wichtig es tatsächlich wäre, in der zweiten Bundesliga zu bleiben. Und somit sind das also die aktuellen S04 News des Tages. Und mich interessiert logischerweise vor allem auch eure Meinung zum Thema rund um Dominik Drexler. Habt ihr ein gewisses Verständnis für den Rauswurf von Drexler zur Suspendierung? Glaubt ihr, das ist eine richtige Entscheidung von Karel Gerrertz? Oder seid ihr vielleicht eher auf der Seite von Dominik Drexler? Ich finde es auch bedingt durch die Medienberichte wirklich schwer einzuordnen. Wie man da tatsächlich eher Recht geben kann sozusagen, oder was vielleicht am ehesten verständlich ist, finde ich, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Deswegen schreibt dazu und natürlich auch zu allen anderen Themen heute mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anna Le Schalker.